Felix Sagen ist für mich Heimat, Emotionen pur, Feuer. Von jung bis alt werden alle möglichen Altersklassen mit einbezogen und sie unterstützen wirklich ihren kompletten Verein. Hier wird auf jeden Fall unglaublich viel hinter den Kulissen aufgebaut, das Spielfeld wird aufgebaut, die LED-Banden, spezielle Lichter, alles drum und dran, alles nur, damit wir einen Spieltag erleben können. Dann wird aus einer Turnhalle die Ischehülle und das ist, glaube ich, was unglaublich Besonderes. Gerade Hagen ist eine Basketball-Traditionstadt. Hier ist der Sitz des Deutschen Basketballbundes. Ich glaube, das ist einfach das Besondere an Hagen, dass die Stadt Basketball lebt. Und ich glaube, das ist in keiner anderen Stadt Deutschlands so prägnant wie hier. Basketball ist halt nicht nur Sport, sondern es ist auch ein Event. Weil wir, unser Herzblut da reinsetzen, dass einfach Phoenix etwas Besonderes ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Saison. Ich habe richtig Feuer, wir haben richtig Lust drauf und ich hoffe, sie sind dabei. Ja! 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 Joens! Ja! 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 Ja!